Parkett ist in Verruf, wieder einmal. Aber dieses Mal geht es um Kinder und Haustiere, also um wie das dort ist. Ich weiss ja auch nicht, viele, zumindest das ist das, was ich höre, viele sagen, ja, Parkett, wenn du Kinder und Haustiere hast, wenn du einen Hund oder Katzen hast, ist Parkett einfach suboptimal. Und jetzt geht es in dieser Podcast-Folge darum, ist das so oder ist das vielleicht ein bisschen weit hergeholt oder stimmt es, inwiefern stimmt es? Was wären da jetzt die Argumente, die eigentlich für das Sprechen, für das Ganze, wenn man es so will? Das ist so, grundsätzlich, ich habe die Frage auch viel, gerade so Beratungstermine da, dass die Leute mich halt darauf ansprechen und sagen, ja, wir haben zwei kleine Kinder oder wir haben einen Hund oder weiss ich was. Oder wir hätten es gerne bei uns in der Küche, weil es sieht ja so schön aus, wir haben so eine offene Wohnung, aber das darf man ja nicht in der Küche und im Bade sind wir ja schon gar nicht, ist ja eh verboten und so. Das ist meiner Meinung nach halt so ein bisschen ein Märchen, das man von früher halt noch ein bisschen mitzieht, sicher primär Mangelsinformation. Das ist ganz klar. Also ich bin fest davon überzogen, dass Parkett in allen Bereichen, mit Kindern, mit Haustieren, und auch Küchen und Badezimmer absolut kann das Richtige sein. Ich sage bewusst kann, weil es hat natürlich dann schon damit zu tun, was für ein Parkett ich dann auswähle. Die Qualität des Produkts, die Qualität der Oberflächenbehandlung, weil dort gibt es ja auch ein Riesenspektrum, von fast gar nicht geölt, oder vorgeölt oder wohnfertig blablabla zu sehr, sehr gut geschützten Produkten, alle noch auf Ölbasis. Wir reden jetzt primär einmal übergeölt. Die Böden kann man natürlich auch lackieren, nach wie vor. Er hat auch dort wieder Vor- und Nachteile. Aber ich würde sagen, unbedingt Parkett zu Hause machen, gerade mit Kindern und mit Haustieren. Ja, ich finde das eine richtig spannende Sicht eigentlich. Weil, also gut, wir haben ja beide Kinder zu Hause. Und ich auch in meiner Erfahrung, mein Kleiner, hätte jetzt noch nie einen Schaden am Parkett gemacht. Bis anhin. Ich verstehe jeden, der sagt, ja, Kinder, dann kommen jetzt von aussen hinein und schlägen Dreck mit ihnen und so. Und es gibt doch Kratzer oder weisst du gut was. Verstehe ich ja schon ein bisschen. Aber das hat ja dann auch ein bisschen mit der Instandhaltung und Reinigung zu tun. Würde ich auch sagen. Ich meine, also in der Regel kommst du ja auch nicht von aussen hinein, wenn du gerade in den Matchen die Pfützen bist, rumgedrohlen und stehst so auf dem Parkett, legst du das Zeug auf dem Parkett und lässt es drei Tage liegen. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen... Schön, Staunässe. Ja, eben genau. Da haben wir dann bei fast jedem Belag ein Problem. Ja, ja. Das geht jetzt weniger um den Parkett. Aber ich frage es natürlich dort noch so ein bisschen ein Schaden am Parkett. Ja, was ist ein Schaden am Parkett? Das Coole am Parkett ist ja, auch wenn er mal einen Hick hat, ist er wegen dem überhaupt nicht kaputt. Das ist ja eine Partie, wo wir... Ja, nicht wie ein Stein. ...wo dann vielleicht einen Sprung oder einen Rissen bekommt, wo man dann muss Platten täuscheln wegen dem. Ja, genau. Der Parkett kommt sicherlich keinen Sprung rüber. Dann hat er vielleicht mal einen Hick erstens mal bestört. Der Hick wirklich fraglich, je nachdem wie gross das er ist, gerade wenn man jetzt vielleicht eine tiefbürstete Oberfläche hat, weil man ja eben weiss, dass man es ein bisschen weniger heikel will. Man nimmt eine tiefe Bürstung. Da können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, weil es halt einfach ein bisschen pflegerichter ist. Und dann hat man mal ein Hick, ein Gott's Name, dann gibt es eins. Ich meine, wir machen ja gealterte Böden ab Werk mit Hick drin, weil die Leute die Patte eigentlich noch schön finden. Ja, genau. Und mit dem muss man halt vielleicht dann einfach leben, dass es ab und zu mal einen Hick geben kann. Und wenn es einem aber dann stört, kann man ja den auch flicken. Dann kann man ja mit einem speziellen Filler die Hickchen ausfüllen. Das ist eine Sache für ein paar Minuten. Das bieten wir unsere Kunden meistens an, wenn es das gibt, wenn wir irgendwo in der Gegend sind. Es ist ja schön, dass wir auch lokal arbeiten dürfen. Dann macht man ein Flickchen drin, dann hat es ein Ästchen mehr, dann sieht man das nicht mehr. Also die Thematik mit dem Boden kaputtmachen von Kindern, und dann sehe ich jetzt überhaupt nicht. Kratzer, wie du vorhin angesprochen hast, Kratzer. Ich meine, ja, du kannst einen Holzboden verkratzen, du kannst fast alles verkratzen. Die Keramikplatte ist relativ schwer zum verkratzen, da gebe ich recht. Das hat halt dann einfach andere Nachteile. Wenn du halt keine Bodenheizung hast, ist halt das auch nicht so cool, zum am Boden sitzen. Und in der Zwischensaison auch mit Bodenheizung, sind es halt kalte Böden. Das ist halt so. Ja, ich bin in einem Haus aufgewachsen, bei meinen Eltern da ist alles plättelt, den ganzen Boden. ist natürlich schon ein bisschen pflegeleichter, wenn man es so will. Aber, kalt, auch trotz Bodenheizung, notabene, muss ich ja sagen. Und dann, der grosse Punkt ist, wenn es einem hinhaut, weil man am Spielen ist und man stolpert, dann tut das viel mehr weh, besonders wenn du noch Fugen zwischen denen triffst, am Knie oder so was. Viel mehr als ein Holzboden, ein geschliffenen oder ein Leichbürsteter. Viel mehr. Für meinen Gust. Absolut. Und was ja bei vielen diesen Platten, vielen Platten auch noch ist, die sind ja meistens nicht strukturiert, die Oberflächen. Ja, genau. Rutschig. Sie sind auch rutschiger, das kommt auch noch dazu. Das ist ein Holzboden auch nicht. Das ist etwas, wo man gerade mit Kind sicher muss in Betracht sein. Und dann, die Stäge ist natürlich entsprechend auch Plättchen gewesen, oder? Mit diesen Dingen. Was ist denn die Lösung? Du hast natürlich auf jeden Treppentritt und du hast so ein Band, mehr oder weniger wie ein Schmirgelpapierband. Sehr hübsch. Hättest du doch einen rustikalen Paket, hättest du das nicht. Hättest du das alles nicht. Das ist ja so. Aus der Dusche raus, mit einem tiefen Bürstenboden, rutschst du nie raus. Plus ist es noch sehr schön, barfuss auf ein bürstetes, schönes Holz zu stehen. Es ist ja von der Habtik her natürlich etwas, was einmal ist. Es ist immer lässig, zum Anlagen. Immer. Es ist immer wieder verschieden. Jeder ist ein bisschen anders. Jeder Rieme, jede Teile, jedes Stück. Aber darum eben, jetzt haben wir extrem viele Vorteile aufgezählt. Ich glaube, wenn man sich wirklich mit dieser Materie ein bisschen länger befasst, als nur Holz, ist es einfach heikel. Weil es vielleicht einmal, wo man umgestellt hat, von diesen lackierten Böden vor den 90er Jahren hat man angefangen, die Böden ölen. Und dann ist es halt schon so gewesen, dass man, wie mit allem, was neu ist, sind die Produkte noch nicht so gut gewesen. Und dann ist es ein bisschen heikel. Dann hat es viel, viel Nahöle gebraucht und Pflege und so. Und das ziehen wir immer noch so ein bisschen mit, dass man immer noch das Gefühl hat, die geölten Böden sind so heikel, aber die Produkte haben sich ja auch weiterentwickelt. Unsere Maschinen haben sich weiterentwickelt, unsere Oberflächenbehandlungen. Und jetzt, mittlerweile, wenn die Produkte richtig behandelt sind, das ist noch wichtig, kann man das absolut, dann kann man die einfach Feucht aufnehmen, wie man auch ein Steifeucht aufnimmt, man kann Wischwasserzusatz ins Wasser tun. Du weisst, das ist jetzt gerade relativ gut, weil ihr habt ja jetzt das gerade selber, oder sind so ein bisschen in dieser Materie drin. Das kann von jemandem gemacht werden, der kein Bodenfachmann ist und ist jetzt auch nicht mit extrem viel Aufwand verbunden. und dann bleibt der Parkett eigentlich sehr, sehr, sehr lange schön. Ja, ich würde sagen, sogar je nach Pflege, die man macht, wenn man mal ein bisschen Zeit investiert, ich sage jetzt was, ein paar Jahre, für das, man macht das sogar selber, man kann das selber, die sehen das wie neu aus. Ja. Also effektiv, gewisse Pflegeprodukte heutzutage sind ja, das ist froh. Ich bin selber überrascht, wie gut, dass das Zeugs funktioniert. Es ist wirklich, wirklich gut heutzutage. Und zurück zum Thema lackiert und geölt. Also früher, also früher, das ist heute auch noch, all die lackierten Böden, wenn das Zeugs natürlich glatt geschliffen ist und dann nachher versiegelt. Ja. Da siehst du jedes kleine Krätzchen im Gegenlicht und auch von oben, auch aus dem Stand. Du siehst alles. Logischerweise wird es nachher abgestempelt, also ja, da kannst du den Hund nicht drüber lassen, weil kaum ist der drüber, hat es überall einen Krätz. Ja. Weil auch der Lacken, ja, der Lacken geht, also das verhebt einfach nicht. Das ist halt einfach. Und eben, musst du dir mal alle, einen geschliffenen Boden an sich ist ja sehr homogen. Das ist etwas sehr Schönes, solange das sehr homogen ist. Ja, genau. Solange. Jedes Krätzchen ist extrem störend. Darum habe ich das vorhin angesprochen, wenn du ja weisst, dass du einen Hund oder Kind oder was auch immer hast, Katzen, kannst du ja eben einen bürsteten Boden nehmen, der ja die Strukturen schon hat und das Leben, dass auch das Krätzchen nicht siehst, wenn der Hund einmal um die Ecke speedet und ein paar Krätzchen macht. Ja, um wieder zurück auf den Tisch zu kommen. Ich meine, genau das Gleiche da. Ich sehe es ja nicht. Wie viele haben wir da schon ausgelärt oder etwas gegessen? Ja, eben das ist das und wie viele Krätzchen dazukommen sind. Aber man sieht es ja gar nicht. Man sieht es nicht. Weil es ist so rustikal, dass man es wieder nicht sieht. Hanker um, wenn der Bodenbelag zu rustikal ist, hast du dann wieder so ein bisschen, also ich weiss nicht, ich bin jetzt ein bisschen der Apostel des Negativen, da finde ich, aber hast du vielleicht die Chance auf Spiessen oder so? Fragezeichen? Das stimmt, ja. Was ich noch schnell sagen möchte, nur noch zum Abschliessen, Öllack. Wenn du einen Kratz im Lack hast, kannst du das auch nicht flicken. Der wird einfach schwarz. Du nimmst die Feucht auf, dann wird der schwarz und sieht schnell schäbig aus. Bei einem Gehöltenboden kannst du natürlich Kretz und Hecken und Beschädigungen immer partiell flicken und wieder nachzuholen. Was natürlich auch noch ein riesen Plus ist, eben wenn du halt irgendwo, passiert mal etwas oder was auch immer, man schiebt etwas und hat nicht aufgepasst, hat kein Filz daran gehabt. Kannst du natürlich bei den Gehöltenboden beheben, was du beim Versiegeln eigentlich nicht kannst, musst du alles wieder abschliessen und neu segeln. Ein riesiger Aufwand. Eben alles vor allem. Alles. Oder kannst du nicht partiell. Es geht einfach nicht. Es geht technisch nicht. in den Zimmern oder dann halt die ganze Fläche, wenn es über mehrere Zimmer sind. Richtig. Richtig. Das ist wirklich... Darum ölen wir fast nur noch. Ja. Aber zu dem Thema, das du angesprochen hast, Speisen, das ist absolut so. Ich meine, so eine Oberfläche, die wir jetzt hier haben, ich glaube, das ist absolut nicht problematisch, als Tisch da zu haben. Wir sind ja da auch Kurzhärmelung und so, das geht gut. Am Boden würde ich so etwas nicht machen, weil das ist natürlich so, laufst, schreibst, rutschst, hast du Kinder, die rumrennen und machen und tun. Da besteht natürlich Gefahr, dass du da ein Speisen holst. So etwas tut man ja aber eigentlich auch nicht am Boden machen, ausser das ist irgendwie eine Bar, wo die Leute mit den Schuhen rein kommen, dann ist so etwas wieder sinnvoll. Genau. Und bei allen anderen Sachen, sprich tiefbürsten und das kann ja auch rustikale Sortierung sein, kann auch ein Saltholz sein, vielleicht nicht gerade den Balken ausserseiten, wie es da ist, aber trotzdem, da gibt es ja diverse Möglichkeiten und dort ist es eigentlich wirklich überhaupt nicht problematisch. Also es ist praktisch unmöglich, dass man sich einen Speisen holt. Es kann, ich meine, Holz ist keine tote Materie, das Schaffen, das kann auch mal irgendwo einen Windriss geben oder eine Ablösung, eine kleine. Müsste dann gerade sehr dumm gehen, dass dann gerade in dem Moment dort irgendwie auf den Knie mit Anlauf durchrutschst und gerade noch das kleine Mini-Eckli verwutschst. Sterbe du schon an dem sicher nicht, weil es wäre ein Mini-Speisen. Aber auch das kann man, wenn man es dann merkt, in der Regel merkt man es ja eher, weil vielleicht mal ein Strumpf oder etwas hängen bleibt von einer Dame und dann kann man das ohne Probleme beheben, wie wir vorhin angesprochen haben, wie die Hicke und so auswachsen, das Thema erledigen. Ja, also zumal bis dahin ein bisschen rekapitulieren, was man, wie soll ich sagen, als Direktive, wenn man jetzt Haustiere oder Kinder hat oder sonst irgendwie viel Gehverkehr mit Schmutz oder sowas, geeigneter in dem Fall wären schon mal gehelte statt lagierte Böden. Also Parkette, wenn man jetzt ein Parkette würde wollen, könnte man das pauschal plus minus mal sagen. absolut so sagen. Gibt es verschiedene Leute, die das Gegenteil behauptet, aber ich bin absolut der Fan von gehelten Oberflächen. Genau, richtig. Ich würde das empfehlen. Ich würde das genau so, wie du das jetzt gesagt hast, empfehlen. Und das nächste pauschal, wenn man es so will, könnte man auch sagen, ein bisschen eher richtig rustige Qualität, dass man auch nachträglich entstehende Hick-Kretzer in der Masse untergehen. Ja, man sieht es viel weniger. Wenn jetzt ein Baum mehr im Wald wächst, ist es immer noch ein Wald. Und wenn ein Baum auf einer Wiese wächst, ist es einfach plötzlich im Baum auf einer Wiese. Genau, das ist wirklich so. Das ist genau so. Sicher alles, was sehr gleichmässig und einheitlich ist, verträgt halt nicht viel, was nicht dazugehört. Das ist ja klar, oder? Und das muss man dann sich halt wirklich überlegen, dass man halt nicht eine Prime-Sortierung nimmt, die astfrei ist, oder einen Rift-Halbrift-Schnitt, der nur stehende Ahrringe hat und dann vielleicht noch wie Söhlen tut. Ja, oder? Das ist schon so. Es gibt schon Sachen, die ich nicht unbedingt empfehle, gerade mit Haustier und Kind. Aber darum darf man nicht sagen, Parkett an sich ist heikel und nicht geeignet für Kind und Haustier, sondern man muss vielleicht sagen, gewisse Produkte, gewisse Parkette sind es nicht, aber ich finde auch irgendeine Steinplatte, die nicht geeignet ist für Kind und Haustiere und ich finde auch irgendeinen Teppich und Vinyl. Wenn ich suche, finde ich in jedem Belag einen, der nicht geeignet ist für das. Dann muss man vielleicht einfach das Richtige aussuchen, wenn man das will. Ja, und vielleicht auch situativ je nach Zimmer. Ja, ich weiss ja nicht, für ein Kinderzimmer, wo jetzt nicht viel Dreck hineingeschleppt wird, oder so ein Korkboden, der weich ist und lässig zum drauf spielen, vielleicht super, aber ein Korkboden im Eingangsbereich vielleicht eher eine falsche Entscheidung. Und je nach der Richtung, oder dort, wo ich weiss, ich will da irgendwie ein 200 kg USM-Möbel mit so kleinen Minifüsse draufstehen, das Dekor kann nicht das Richtige. Ja, Und der Teppich vielleicht, ja, wie wir das auch jetzt. Ja, das ist halt einfach genau eigentlich gesunder Menschenverstand, oder? Und ich glaube, es ist einfach immer schwer, wenn man so Sachen pauschalisieren tut, genau aus dem Grund, weil wir haben so viele Möglichkeiten und wir finden fast für jeden Bedarf irgendetwas, was dann gut passt. Aber man muss sich halt ein bisschen damit befassen und dann mal schnell eine neue Tiefe gehen von diesen Produkten. Aber es ist vielleicht auch schwierig, den einen Bodenbelag zu finden, der alle Sparten abdeckt. Also nicht nur schwierig, sondern vielleicht sogar unmöglich. Aber es ist ein bisschen, ich weiss nicht, das Phänomen der heutigen Innenarchitektur, wo eigentlich liegenschaftsweit muss ein uniformer Bodenbelag sein. Also der gleiche in der Küche, wie am besten auch noch im Bad, in den Stuben, in allen Schlafzimmern und dann im Büro auch noch. Einfach ein uniformer Belag, den muss natürlich dann auch alle Zwecke erfüllen. Ja, das ist schon so. Würde ich aber sofort sagen, dann mach ein Parkett. Ja. Den Parkett kannst du in all diesen Bereichen benutzen. Den kannst du in einer Küche, den kannst du in einem Eingangsbereich haben, den kannst du in einem Badzimmer haben, in einer Dusche, WC drin hast. Das geht absolut. Dann muss man halt eben vielleicht sich ein bisschen damit befassen, wie nehme ich dann die Böden auf, wie gehe ich damit um? Aber das geht absolut. Gibt es andere Sachen, wie zum Beispiel einen Teppich? Und über das haben wir auch schon eine Folge gehabt. Und Teppich ist etwas mega lässiges und es kommt immer wieder. Aber einen Teppich würde ich jetzt niemanden mit in der Küche legen, auch wenn er es will. Das geht dann wirklich meiner Meinung nach nicht. Gut, es ist ja je nachdem, Teppich in der Küche ist je nachdem ein Brandherd oder Ölflecken und Teppich ist halt dann auch wieder so ein bisschen aber, ja. Genau, aber ich glaube, Parkett, wenn einem der Parkett gefällt, und es gefällt ja eigentlich vielen Leuten, es ist ein Naturprodukt, es ist ein Nachhaltiges Produkt, es ist ein sehr angenehmes Produkt, kann man in all diesen Bereichen benutzen. Auf die anderen Seite kann man jetzt sagen, ja, Vinyl, zum Beispiel, was ja einen riesen Hype hat im Moment, kann man auch, da gibt es auch Belege, die man in all diesen Bereichen einsetzen kann, die kann man in die Stube tun, die kann man ins WC tun, die kann man in den Eingangsbereich tun. Was man noch nicht so hat, sind die Langzeitstudien vom Vinyl. Beim Laminat hat man auch mal gemeint, wow, jetzt haben wir auch schon angesprochen, und beim Vinyl ist es halt so, es ist ein Boom und es funktioniert, was dann in 10, 20 Jahren ist, wissen wir nicht so genau, aber das ist dann halt ein Grundsatzentscheid, das ist dann Plastik gegen Holz, Erdöl gegen Nachhaltung, ja genau, es ist Erdöl, und das ist halt wirklich so, und das ist dann einfach vielleicht eine Überzeugungssache, ja, ich kann den Vinyl überall hin tun, möchte ich mit meinen Kindern und meinem Haustier auf einem Erdölboden spielen, anderes Thema, wo man sich dann halt... Weich ist es ja auch nicht, der Vinyl. Nein, es ist ja nicht... Nein, es ist nicht wahnsinnig, genau, es hat jetzt nicht den Vorteil, dass jetzt das extrem gelenkschonend wäre. das ist ja auch oftmals, Wenn er nass ist, und Vinyl, Söcke und so, ist halt auch... Es ist nicht das Rutschfesteste. Es ist wirklich, wie mit den meisten Produkten, hat er das Vor- und Nachteil, oder? Und darum, glaube ich, aber hat gerade der Holzboden halt einfach sich über die Jahre durchgesetzt. Das ist eines der wenigen Sachen, die es schon seit ewig gibt, und die es immer noch gibt, und die es auch weiterhin geben wird. Einerseits wegen der Ressourcen Holz, die halt immer schon herum gewesen ist, immer schon, und auch immer herum sein wird, insofern wir auf dem Planeten weiterleben wollen. Weil wenn es keine Bäume mehr hat, dann sind wir auch nicht mehr da, dann müssen wir auch nicht mehr über Holzböden diskutieren. Dementsprechend wird das hoffentlich ein Material sein, das man noch lange verarbeiten könnte, wenn man es nicht ganz, ganz verkehrt macht. Und sicher auch, weil es halt einfach extrem viele Vorteile hat. im Gebrauch, im Unterhalt, in der ganzen Thematik Raumklima, Gesundheit, und darum hat sich das einfach bewährt und ist immer noch da und wird hoffentlich auch noch lange da sein. Ja, wir haben auf unserer Webseite einen ganzen Artikel über Gesundheit und Parkett. Wir haben da riesen Recherchen gemacht, über was für gesundheitliche Benefit Holz oder generell Naturmaterialien, die wir oder in Büroräumlichkeiten und so haben. Und Parkett ist neben die Kork, aber vor allem Parkett ist der einzige Bodenbelag, der effektiv Dämpf abgibt. Also ätherische Dämpfe, ätherische Öle, die noch im Holz drin sind. Der einzige Belag, der das macht. Weil alle anderen könnten es ja gar nicht hätten. Sie sind gar nicht drin. Ein Arfenboden, es riecht alles nach Arfen. Wahnsinn, oder? Alles. Gut, Arfen ist ja mittlerweile schon lange klar, dass das einfach nicht nur ein guter Geruch ist, sondern auch das Klima in einem Raum. Ich meine, ein Arfenstube ist ja unvergleichbar mit einfach, wie das schon wohnlich ist. Schon nur reingehen. Also eben, ich finde es, ich liebe es. Darum ist auch immer wieder die Thematik, ja, zu viel Holz. Ich bin schon nicht ganz objektiv, das muss ich dazu schon sagen, aber zu viel Holz. Ich meine, in so einer Stube oder in einem Schlafzimmer, Arfenschlafzimmer, da kann es nicht genug sein, da können alle Flächen beleidigt sein und es ist einfach schön und ich fühle mich schon gesund, wenn ich dort drinnen laufe. Jawohl. Und das ist wirklich, es ist sicher auch ein bisschen, es tut mich, ich würde das immer so ein bisschen mit den Bergen, Bergluft in Verbindung dringen und so, ist vielleicht auch noch ein bisschen das, was dir einspielt, aber es ist noch lustig, in der Produktion, habe ich, wo meine Ecke ist, du weisst schon, wo die ganzen Sachen, Öl, Muster, wo ich immer meine Sachen raus tüfte und so, genau, dort steht, das ist schon zwei Jahre zu verteilen, schon lange. und ich schmöcke jeden Tag, wenn ich dort durchlaufe, obwohl wir dort drin ölen und machen und tun, schmöcke ich den Duft von diesem Arfenparkett. Nebst all den Sachen, die dort drin passieren, schmöcke man das immer noch und ich habe jeden Tag Freude an diesem Geschmack. Das ist Wahnsinn. Und eben auch eine Fichte, sogar eine Eiche, hat die Dämpf und gibt die ab in den Raum. Ich meine, klar, kannst du natürlich auf der Kehrseite mit Dämpf auch argumentieren, Baustoffdämpf. In unserem letzten Podcast, wo Mappai da war, haben wir das auch thematisiert, oder so ein bisschen Lichter, Parkettli, und so, und Komponenten, und was ist da, was wird da die Umgebungsluft abgeben und messen und wie man das macht und so. Das haben wir alles dort thematisiert. Zu einem Grossteil kann man natürlich auch noch viel tiefer gehen, aber an sich lässig zu hören, es gibt nicht nur gute Dämpfe, es gibt auch schlechte, aber das gibt es für jeden Fall. Richtig, ja, und bei gewissen, das haben wir auch dort ein bisschen angeschnitten, natürlich noch viel mehr als beim Parkett, aber das ist natürlich ein Thema, wo man unbedingt muss, sich damit auseinandersetzen, weil wenn ich natürlich eine Narvenwand mache oder Narvenboden und dann nehme ich aber irgendeinen günstigen Lim, der nicht zertifiziert ist und am Schluss schiebe ich die Arfe nicht mehr, weil mir der Lim in den Augen brennt. Wenn du den Formal dahin trägst, dann nützt alles nichts. Ich glaube aber gerade, Leute, die sich grundsätzlich mit dem gesunden Wohnen auseinandersetzen und vielleicht wegen dem auch zum Holz kommen, sind hoffentlich und wahrscheinlich auch Leute, die sich auch damit auseinandersetzen, wie man den Boden verkleben oder wie bereiten wir den Unterlagsboden vor. Das ist wichtig, weil sonst nützt es natürlich auch die Arfe nichts, wenn der Lim hochgiftig ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass schon die Produkte, das haben wir auch in dem letzten Podcast gehört, die werden schon immer besser und gesünder und das ist schon, man muss sich wirklich damit befassen und sich dann auch darauf einlassen und bereit sein, ein bisschen mehr Geld aufzuwenden, dass man aber weiss, ich habe ein gesundes, nachhaltiges Produkt und das von A bis Z. Ja, weil gegen Abend ist natürlich, wie soll ich sagen, das Qualitätsspektrum ist ganz schnell offen. Ja, also das ist ja so. Ja. Und es ist unter dem, es ist ja das unten dran, oder? Genau, man sieht es ja nicht. Man sieht es ja nicht, ja logisch, es ist einfach ein Kleber da unten drin, was soll ich jetzt für den Kleber noch mehr zahlen, oder? Aber es geht eben weiter, diese Geschichte, oder? Und das ist ja genau, wenn, es ist genau das, wenn man sagt, der Parkett ist einfach heikel, ist gleich und der Kleber ist ja unten. Wenn man halt Sachen nur so oberflächlich schaut, anschauen und beurteilen, ist es halt sehr schwer, gescheiden, gescheiden Schluss zu ziehen, nachhine, oder? Aber eben dennoch ist, ist das, was unter dem Parkett ist, oder unter jedem Bodenbelag fast gleich wichtig. Ja, sicher. Besonders, wenn man ja daran, wie soll ich sagen, ein bisschen an seine Kinder oder an seine Haustiere will denken, oder? Absolut. Weil die, die kriegen das Zeug halt auch ab und die wissen halt auch nicht, Ist klar. Und so, aber... Ja, und der Hund liegt am Boden und schläft und der Kind schlägt den Boden ab. Ja, voilà. Und es ist ja... Dass wir zwei nicht mehr den Boden abschlecken, ist eins, aber unsere Kinder schon. Also musst du dir halt überlegen, wie so, oder Hund und Katze. Ja, ja, genau. Und die liegen dir am Herzen, die eben gerade Kinder und Haustiere. Das ist einfach, das ist so ein grosser Teil in vielen Leben, dass man sich wirklich mit dem einfach auseinandersetzen muss. Und mal abgesehen auf dem Gesundheitsaspekt, ist halt so eine Vorarbeit allgemein, oder? Die wird immer so ein bisschen als, ja, die Vorarbeit, die darf nicht viel kosten, die muss schnell gehen. Aber ohne ein gutes Fundament kann ich eigentlich ein Haus bauen. Ohne eine gute Vorarbeit kann ich einfach einen gescheidenen Boden verlegen. Und ja, man sieht es nicht, aber wenn man ein gutes Resultat will haben, nachher und am Schluss und langjährig auch Freude haben, ist es einfach wichtig, dass die Vorarbeit die richtige gemacht wird. Ja, nachhaltige Arbeit, nicht nur aus einem ökologischen Gesichtspunkt oder Sichtpunkt, sondern auch einfach, was die Lebensdauer betrifft, von einem Produkt, von einem Haus, von wie man ist. Und das darf auch, wie soll ich sagen, es darf auch ein bisschen ein Mehraufwand wert sein, ein finanzieller oder Zeitaufwand. Absolut. Wenn man Kind und Haustiere hat, das ist unbestritten, ist einfach der Reinigungs- und Instandhaltungsaufwand grösser, egal welchen Bodenbelag man hat. Guter Punkt, genau, das ist eh so. Ich meine, ob man jetzt einen Teppich hat und gut, eben so ein Horror-Szenario, wenn man so will, einen Teppich und das Kind leert den O-Saft aus oder so aus dem Pack, ist auch ein Seich. Der O-Saft wäre besser auf dem Parkett. Besonders auf einem Geld. Das ist ja so. Dann könnte man besser wegmachen. Das ist ja so. Aber der Teppich ist natürlich lässiger, um darauf zu spielen, weil er weicher ist. Ja, und er ist eben weicher, warm, angenehm, aber da sind wir wieder beim Thema Produkt. Auch die Teppich-Hersteller mussten sich ja etwas überlegen, weil sie sind ja genau auch mit diesen Sachen konfrontiert. Ja, genau. Teppich ist doch heikel und kann man nicht reinigen. Gibt es ja jetzt mittlerweile auch einen Teppich wie der Clean von der Tiara, wo bewusst auch gemacht wird. Natürlich, ich würde immer noch in die Küche machen, kein Thema, aber die haben ein speziell modifiziertes Garn, wo halt wirklich dann auch sehr gut zu reinigen ist mit den richtigen Mitteln. Ja, aber dann bist du wieder in einer Preiskategorie, wo es dir genau um das geht, dass man halt, wie soll ich sagen, wenn du es nachhaltig willst, in dem Sinne nicht ökologisch nachhaltig, aber wenn es nachhaltig willst, musst du einfach das Quäntli mehr an Aufwand bringen. Aber eben langfristig denkt, sparsst du ja nachher gleich Geld. Ja, das ist es so. Aber ich verstehe das schon, es ist halt manchmal schwer, weil das Geld ja jetzt ausgibt. Ja, klar. Und das ist immer so, und man muss das Geld ja auch noch haben, das ist halt auch so. Ich meine, ich kann schon sagen, ja, jetzt für den Parkett so viel mehr ausgeben auf die nächsten 40 Jahre ist nicht viel. Ja, aber wenn ich es jetzt nicht habe, habe ich es halt nicht. Das muss man sich auch bewusst sein. Es gibt vielleicht auch Leute, die gerne eigentlich die Entscheidung treffen würden, aber das vielleicht in dem Moment nicht können. Das ist natürlich ein Faktor, den man nicht ganz draus achten. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Aber einfach um das Thema herunterrunden, also als Grobfrage, ist das Vermeiden oder das Meiden von Parkett, wenn man jetzt Haustiere oder Kinder hat oder beides, ist das effektiv gerechtfertigt oder ist das, also das alte Stigma, wenn man so will, ist das gerechtfertigt oder eigentlich nicht? Nein, im Gegenteil. Ich muss sagen, man ist es gerade seinen Haustieren und seinen Kindern schuldig, dass man einen schönen Parkett reinmacht. Aus all den Gründen, die wir jetzt aufgezählt haben, gesundheitlich, ökologisch, nachhaltig, ich glaube, es gibt fast noch Vorteile. Und was du vorhin angesprochen hast, ist wirklich ein guter Punkt, der Aufwand, wenn man Kind und Haustiere hat, in der Pflege allgemein, ist eh einiges höher, als wenn man es nicht hätte. Ob ich jetzt eine keramische Platte, ein Vanille, einen Teppich oder einen Couch oder ein Parkett habe, ich werde mich mehr um meinen Boden kümmern müssen. Was aber nicht einmal zwingend nur mit Kindern oder Haustieren zu tun muss, sondern generell, je länger man in einem Raum oder auf einem Boden jetzt in diesem Kontext ist, desto mehr Dreck sammelt sich an, desto mehr Staub sammelt sich an, desto höher ist der Pflegeaufwand. Und Kinder und Haustiere sind halt einfach mehr zu Hause und wenn man das hat, ist man auch eher zu Hause. Es ist darum nichts anderes als logisch, dass nachher der Reinigungsaufwand grösser wird. Das ist genau so. Wenn man die richtigen Mittel nimmt, dann kann man die ohne Probleme gut reinigen, gut pflegen. Es ist nicht Raketenphysik, es kann wirklich jeder eigentlich wenn man sich an einfache zwei, drei Punkte halten tut, geht das gut und es reicht eigentlich auch. Und dann eben, wenn wir irgendwann nach Jahren sind ja wir auch noch rum und wenn man irgendwann sagt, hey, jetzt hat es wieder einmal wirklich, jetzt sollte ich mal eine Grundreinigung haben und sollte den Boden wieder einmal ölen und ich habe vielleicht noch gerade irgendwo einen Riemen, wo ich nicht auswachsen weil irgendetwas passiert ist oder ein paar Wachsflick machen, dann sind wir ja noch so gern bereit und kommen vorbei und einen Tag aufwenden und bringen den Boden wieder in die Tornung und dann sieht er wieder aus wie neu. Genau. Und dann hat er wieder 15 Jahre. Genau. Und das ist ja, das ist eben auch das, oder Kind und Haustier, eben Haustier leider, gibt es dann halt einfach auch die Situation, dann hat man sie plötzlich nicht mehr. Mhm. Oder Kinder sind dann plötzlich zu alt zum auf dem Boden spielen und dann bist du plötzlich froh, hast du dann gleich ein Parkett, das du schnell auffrischen kannst, statt dass du da jetzt ein Bodenbelag rausreissen und so eine neue drin und heutzutage mit dem Paket eben, da schleifst du schnell drüber und dann kannst du noch ganz eine andere Farbe drehen machen. Alles, richtig. Also kannst du dann sagen, nein, ich will eigentlich, ich habe jetzt viel mehr Lust auf einen dunklen Parkett als einen hellen. Also machen wir jetzt einen dunklen. Ja. Für die nächsten 15 Jahre oder wie auch immer, wie lange es dann ist. Weisst du, wie viele Kunden sagen mir, ja, ich habe hier so eine quadratische Platte und das sind dann die Weissen, die hat man halt in dieser Zeit so gemacht, aber die Farbe ist mir so verbreitet. Ja, genau. Ja, natürlich. Wäre das ein Parkett, könnte man den schleifen und könnte den jetzt viele machen, wenn du das willst, oder? Und eben so gedacht ist ja nachher der Preisunterschied, die ja nicht exorbitant ist. Ja, genau. Eben dann gar nicht mehr so viel. Ja, voilà. Und es wird sich langfristig immer lohnen. Bin ich überzogen? Bin ich wirklich davon überzogen, dass die Holzböden langfristig das rausgeholt werden, was es vielleicht in dem Moment ein bisschen mehr kostet? aber ich bin davon überzogen, dass das für alle Einsatzbereiche überall einfach die richtige Entscheidung ist. Ja, voilà. Wenn man das will, oder? Ja, genau. Man muss niemanden überreden. Wenn jemand sich wohlfühlt auf Steinplatten, ist das auch völlig okay. Dann soll die Person Steinplatten haben. Ich finde es einfach ein bisschen schade, wenn eine Person sehr gerne Holz hätte, aber das Gefühl hat, sie darf nicht. Aus Gründen, die eigentlich gar keine sind. Aus alten Vorurteilen, die man gehabt hat, weil mal die Holzböden, mal ganz schön immer versiegelt waren und kaum war man eine Woche drin und war drin gewohnt, sieht man halt ein paar Knitze. Und das ist heutzutage einfach nicht mehr so der Fall. Richtig. Nur deswegen. Genau. Ich glaube, wir haben mit dem relativ schön das Thema abgerundet. Perfekt. Cool. Dann halten wir es für einmal, halten wir die Podcast-Folgen ein bisschen kürzer. Das schade auch nicht. Ich würde es am Schluss zeigen. So kurz war es auch nicht. Ja, wir werden es sehen. Danke vielmals, Sven, für die Einsichten und für das lässige Gespräch. Und danke den Zuhörern wieder einmal, dass Sie das zugehört haben. Yes. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, Vielen Dank.